so lassen wir die zeit mal weiterlaufen die nester und werden abgebaut in der zwischenzeit können wir schon mal gucken wie es hier vor der haustür aussieht und das sieht doch ganz schick aus warum kommst du damit der kiste angelaufen was sammelst du ein und diese komischen braunen brocken was ist das ach das ist lehm wie chart ist das blog und noch ein blog ach das sind die überreste von der straße na gut das können wir machen aber jetzt noch die h und channel den ganzen bereich hier aus das dürfte kein problem geben denn es wird ja automatisch eine ebene tiefe also hier eine rampe nach oben gebaut das heißt die würden dann nicht hier runter laufen auf der ebene hier die rampe wieder hoch und kommen da wieder raus dann sobald das gemacht ist und ein meiner auf der anderen seite ist hören wir bauen wir die rampen auf der seite ab damit man nicht mehr in die festung reingehen kann so direkt und bauen dann die brücke das muss relativ schnell geschehen denn sonst verhungern die leute hier draußen und das wollen wir nicht so sonst ist aber keiner hier unterwegs das ist gut die buddeln da fleißig so was haben wir noch mir eine karawane trifft ein ja mal gucken ob die karawane jetzt die rampe da runter kommt aber das sieht so weit ganz gut aus dann lassen wir die karawane noch mal rein denn wird das oder die zwergen karawanen dann die letzte karawane sein die hier reinkommt so haben wir was zum tauschen ich habe schon seit tausend folgen keine gegenstände mehr gestellt aber das schaut gut aus so klick 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 alles dahin gerogon bitte auch dahin was haben wir noch wir wollten ganz kurz hier die nest boxes in bauen wenn die schon abgebaut wurden ja das schaut gut aus also einfach irgendwo hier in die pampa wir haben ein stahl eine stahl nest box die gucke ich mir mal an description dies ist eine stahl nest box auf dem gegenstand ist ein bild von einem zwergen in känguruknochen ok känguruknochen stahl box dahin die anderen beiden dahin hoffentlich werden jetzt ein bisschen regelmäßiger benutzt und eigentlich hatten wir den stockpile auch so eingestellt dass keine eier eingesammelt werden also müssten die irgendwann auch mal befruchtet werden denn sobald das einmal passiert und wir so 34 neue hühner haben dann dürfte das richtig explosionsartig werden dann haben wir später zu viele aber dazu muss erstmal kommen so viel karawanen haben wir denn wie viel wagen wir haben fünf fünf ist okay wir sollten jetzt unsere miliz mal aktivieren weil sonst kommt gleich wieder ein goblin angriff oder wir machen sofort die tür zu oder beides gucken wir erstmal wer jetzt gerade dienst schiebt wir haben gar lena das heißt die elfenbeinlanzen sind aktiv die elfenbeinlanzen waren unsere crossbow kämpfer also s shift b m und bitte alle sagen wir mal dahin damit wir sich früh genug sehen obwohl wenn die goblin sind da unten sind können wir von da aus nicht dahin schießen glaube ich zumindest also stellt euch mal dahin dann habt ihr zwei sätze von fallen vor euch so und die kommen jetzt hoffentlich ganz schnell angelaufen denn es ist wichtig dass die miliz schnell reagiert und zwei laufen schon mal besser als nichts da kommt nun mal drei schnell ist was anderes da kommt der letzte die müssen das zeug noch einsammeln ja vielleicht ist der schießstand unten doch keine so gute idee gewesen aber wollen wir hier ist mir die rampen schon mal ab jedenfalls die die wir auf keinen fall brauchen nämlich die hier unten so jetzt haben wir noch genug haben der hoffentlich an der richtigen stelle sind ja damit die karawane wieder raus kann und dann warum die brücke erst wenn die karawane weg ist sonst stecken die legen die fest oder machen die brücke kaputt oder wie auch immer die jetzt rum baggen wollen ich hoffe mal dass die karawane so ohne probleme ankommt letztes mal haben wir doch recht großen stau gehabt ist geogon schon da geogon ist schon da so lobe ich mir das was haben wir noch in der zwischenzeit zu tun könnten guck mal der brunnen funktioniert da pausier ich doch mal ganz fix warum ist der brunnen weg ah ne das ist die goblin falle ich dachte schon wo war unser brunnen gute frage wo war unser brunnen ich gehe mal ah da ist unser brunnen jetzt gehen wir mal mit kuh drauf keine informationen oh doch da war eine information bucket full also ein voller eimer das heißt dann hoffentlich dass er voll wasser ist ist das doch irgendwie grafisch dargestellt mit dem eimer hier unten oder so nee hm da hätte ich aber echt gerne nähere informationen zu was mit tee hier haben wir den maple bucket äh wasser versetzt mit schlamm ähm ja das klingt nicht sehr appetitlich aber für unsere kranken zwerge dürfte es reichen ja wurde von odimat gebaut ich wollte eigentlich informationen zu dem wasser haben aber das geht wohl anscheinend nicht na gut unser brunnen scheint zu funktionieren das ist schon mal sehr schön dann können wir auch gleich hier schon mal anfangen den smooth befehl zu geben denn das soll ja ein richtig schönes zimmer werden im gegensatz zu dem ganzen chaos hier davor alles rosa und gelb und weiß wir haben immer noch zu viele hunde oh und ein mandat da sollte ich auch mehr drauf achten n nein noblescreen n war noblescreen ja da habe ich mich nur vertippt so wer hätte es anders gedacht crossbows zwei stück dann machen wir doch mal keine rock crossbows wood crossbow zwei stück und inzwischen müssen die kawane auch einigermaßen eingetroffen sein und fünf leute von der milize sind da wie viel waren im crossbow trupp drin fünf stück sehr schön hat bloß zwei drei minuten gedauert bis alle da waren gut dass das kein ernst fall war so tauschen jetzt genau jetzt hat gerogon sich entschieden ich gehe doch mal einen trinken also wenn tody one uns mal echt einen gefallen tun will dann sorgt er dafür dass zwerge unterwegs essen und trinken können das finde ich nämlich extrem nervig so wo läufst du komisch an meiner zwerg hin du baust da unten die rampen ab oder ja du baust eine rampe ab und gehst dann wieder bis der nächste zwerg kommt und die nächste rampe abbaut was machst du eins ja eine rampe zurzeit das ist echt super jungs echt super ähm gerogon wieder da ja sehr schön nein jetzt habe ich ihn weg warum ist das R so nah an dem T dran jetzt aber T wir haben lauter Metall das wir nicht brauchen lauter Edelsteine die wir nicht brauchen lauter Blöcke die wir nicht brauchen Glas das wir auch nicht brauchen die Rüstung werden alle zu groß sein na Eisensachen die wir einschmelzen könnten ja warum nicht so Bronze lassen wir und ich weiß ja Bronze ist eigentlich besser aber ich will ja später die ganzen Eisensachen eh wieder einschmelzen um Stahl herzustellen Bronze kann man in der Vanilla Version von Dwarf Hotlus ja nicht verbessern ein Lama nö danke Alkohol brauchen wir auch nicht wirklich das einzige was wir brauchen ist halt Essen was haben wir denn schönes bei den Waffenfeest da ist ja was bei Bronze Crossbow Copperpick nö schaut nicht so aus na gut dann springen wir mal runter zum Essen die ganze Rüstung ist hier viel zu groß und viel zu teuer brauchen wir alles nicht brauchen wir alles nicht äh wo fängt das Essen an brauchen wir irgendwelche Samen ne wahrscheinlich nicht von den Menschen die haben ja nur Sachen die überirdisch wachsen Silberbolzen die haben die irgendwie immer im Angebot da muss echt irgendwas damit sein oh und Eisenambüsse die nehme ich doch mal mit werden alle eingeschmolzen das haben die sich anscheinend gemerkt dass wir letztes Mal so viele mitgenommen haben achso Essen wie viele Seiten haben wir diesmal ähm sehr sehr viele Seiten ja das mache ich anders ich nehme jetzt erstmal das suche unser Zeug hier auf der anderen Seite raus und mache den Rest dann später auf Kamera so erstmal was soll alles weg die ganzen kaputten Kleidungsstücke können weg die Müll nur unsere Bins voll so ein bisschen Spielzeug und Kinkerlitzchen die Eisenhabe haben wir gerade erst gekriegt also ich habe zwar tierisch viele Kisten zum Depot bringen lassen aber die meisten davon sind echt nur mit Müll voll also die kaputten Kleidungsstücken oder Sachen die wir irgendwann mal einschmelzen wollen so viel zum Handeln haben wir gar nicht mehr oder hier die Nestboxes zum Beispiel brauchen wir ja auch das soll eingeschmolzen werden ja wenn wir jetzt nicht die Tür zumachen wollen würden dann wäre ich echt versucht wieder meine Kinkerlitzchenproduktion anzuschmeißen denn so wie das jetzt ist ist es mir viel zu unübersichtlich und das Tauschen dauert viel zu lange weil ich halt genau hingucken muss was darf jetzt vertauscht werden und was nicht sonst sah es immer so aus wie jetzt die Seite gerade alles schön dunkelbraun alles kann einfach weggeschmissen werden also vertauscht werden ohne dass man sich großartig Gedanken machen muss aber jetzt geht es hier schon wieder los lauter Krims Krams dazwischen so der Händler hat für uns im Wert von 2750 fast und der kriegt 2700 Profit das wird er wohl mögen T ja, ästatisch Goodie, das ganze Essen hole ich mir später wie gesagt, off camera das muss ja nicht sein, dass ich jetzt 5 Minuten lang nur Essen auswähle mit Enter, Enter, runter Enter, Enter, runter, Enter, Enter und so weiter äh, dum 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 ich hätte echt gerne, dass die Rampen da schnell abgebaut werden was haben die Miner denn noch so zu tun wir haben unten nichts großartig ausgewählt glaube ich all die ganzen Etagen hier sind schon leer was ist mit unserer Goblinfalle da ist der Brunnen die Goblinfalle ist auch schon längst ausgebaut hier haben wir auch nichts designiert und der Herbst ist da äh, ja das heißt die Zwergen kommen auch gleich Reclaim das da ja, wir haben schon lange nichts mehr zerstört ja, irgendwie komme ich zu nichts es gibt so viel Kleinkram, den ich erledigen muss oh, sind die Nobles alle zufrieden mit ihren Räumen? ja, sind sie und der Auftrag ist immer noch nicht erfüllt nö, aber ist abgestempelt worden so, ich habe auch vergessen den Schmelzbefehl zu geben mal wieder also ich hatte ja vor ein, zwei Folgen die ganze Liste ausgeht von Sachen die eingeschmolzen werden sollten so so alle schön auf Repeat was sagen unsere Holzvorräte werden immer kleiner habe ich noch einen Charcoalbefehl nö da können wir gleich mal 9 machen make charcoal 20 reicht so Milit steht fleißig draußen weiter rum ohne dass was passiert das dauert auch schon wieder zu lange also ich versuche gerade ein Gefühl dafür zu bekommen wie lange ich die Jungs draußen lassen kann ohne dass sie meckern gucken ob einer von denen schon negativen Gedanken hat Z zufrieden bei der Arbeit ist aufgeregt dass sie alte Kleidung tragen muss ja das ist alles in Arbeit ja das ist alles in Arbeit Jungs keine Panik ah und sie ist erzürnt darüber dass sie so lange Patrouille schieben muss das waren jetzt wie lange ich meine die Karawane kam zur 5. Minute oder so der Folge wir haben jetzt 14 die waren gerade mal 9 Minuten hier draußen und schon meckern die das ist so okay also S Shift B und Cancel Station Order so ihr dürft jetzt nach Hause gehen und in Ruhe darüber meckern wie lange ihr dort hinschieben müsst ich würde mich freuen wenn ich nur 9 Minuten arbeiten muss am Tag na gut jetzt mache ich das nervige hier off camera das heißt ich werde jetzt bei der Karawane alles an Essen aufkaufen was sie da haben damit wir uns die nächsten Jahre hier in Ruhe einbunkern können und gebt nach für irgendwelche kaputten Klamotten oder Kinkerlitz die noch über sind das heißt wir sehen uns dann gleich wieder bis denne